Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 1042. Hallo und herzlich willkommen. Ja, der letzte Booster aus dem Display Fury of the Feywild von den Dungeons & Dragons Fortune Cards. Und wir werden natürlich auch heute wieder das Ordner Update mit in dieser Folge machen, wo ich euch zeige, welche Karten wir haben, welche noch fehlen. Aber wir starten hier erstmal mit der ersten Karte Lightfoot Spring. Die hatten wir schon mal gezogen. Clear the Cobwebs. Ja, die haben wir auch schon gehabt. Ich habe jetzt auch wenig Hoffnung, dass hier noch mal großartig irgendwas drin ist, was wir brauchen. Das war da die Thick Air. Steady Footing. Ja, die kennen wir auch. Haben wir, glaube ich, zu Anfang haben wir die ein paar Mal gezogen. Crazy Legs. War auch schon mit dabei. Icy Ground. Hatten wir. Die erste Uncommon Karte jetzt hier übrigens. Stutter Step. Play when you move during your turn. You gain a plus 4 bonus to all defenses. Against Opportunity attacks you provoke with that move. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon mal hatten. Und jetzt kommt die Rare Karte. Into thin air. Play during your turn as a move action. You move up to two squares and are phasing during this move. Nummer 66 von 80. Und dann haben wir hier noch mal How to play. Die Code Karte. Ja, so. Ich sortiere die jetzt schnell und dann gucke ich, welche da im Ordner noch fehlen. Und danach kommt das Ordner Update. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Bis gleich. So, da sind wir mit dem Ordner Update. Ja, ich habe hier von Ultra Pro einen Collectors Portfolio Ordner. Der ist nicht sonderlich dick, aber bietet jetzt ausreichend Platz für die Karten. Und da brauchte ich ja auch nicht so einen umfangreichen Ordner, weil es sind ja nur 80 Karten in diesem Set. Dafür ist der wirklich perfekt. Sehr viel mehr Karten Platz bietet der sowieso nicht. Und wir haben ja quer gedruckte Karten. Das heißt, ich würde das mit euch heute mal so machen, dass wir den ja im Querformat durchblättern. So, ja, dann lasst mal loslegen. Hier die erste Seite. Da haben wir alles komplett. Ja, hier haben wir auch zwei Rare Karten mit dabei. Einmal Cyclops Retort. Und unten rechts Fae Bewilderment. Und ja, ich finde die Karten sehen einsortiert auch echt nice aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Auf der Seite sind drei Rare Karten. Ne, Quatsch. Zwei. Ich muss hier immer so ein bisschen zwischengreifen, damit wir ja nicht durcheinander kommen. Kiss of the Long Night und Moonbeam Lens. Und ihr seht, hier fehlen uns noch fünf weitere Karten. Also das ist auf Seite zwei schon eine ganze Menge, was uns hier noch fehlt. Dann Seite drei. Haben wir auch wieder drei Rare Karten mit am Start. Und die Seite hier ist auch wieder komplett. Ne, einmal Red Caps Feast, Äh, Uncanny Knowledge und Capricious Dodge. Oben rechts dann. Dann geht es weiter auf Seite vier. Da haben wir auch wieder drei Rare Karten mit dabei. Clever Retort. Defiance of, äh, Chinalestra. Und Emptiness of Candrian. Und hier fehlen uns auch wieder zwei Karten. Einmal die Nummer 30 hier oben und, äh, hier unten die Nummer 35. Ja, habe ich, äh, bei der anderen Seite von vergessen zu erwähnen. Aber, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf der nächsten Seite fehlt uns eine Karte. Das ist die Nummer 42. Und hier haben wir auch wieder drei Rares. Imperious Demand, Mercantile Curse und Niasma of the Feydark. Ich finde die Rare Karten auch echt genial, ne. Vom Artwork her gefallen die mir wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir mal eine Seite ohne Rare Karten. Und hier fehlen uns auch zwei Stück. Ähm, und zwar die Nummer 49 und die Nummer 54. Ja, kommen wir, glaube ich, schon bald zu den letzten Seiten. Genau, also hier fehlen uns dann auch wieder fünf. Und wir haben hier zwei Rare Karten. Fey Passage und, äh, Fury Ring. Und die Nummern, die uns hier fehlen, sind die 55, die 58, die 60, die 61 und die 63. So, dann weiter zur nächsten Seite. Hier fehlen uns wieder vier Karten. Die Nummern 64, 67 und die 70 und 71. Und wir haben hier noch zwei Rare Karten. Äh, Into Thin Air und Moonglow Moss. Oben links und rechts die beiden. Und dann haben wir jetzt hier die letzte Seite schon am Start. Hier fehlen uns dann auch nochmal, ähm, eine Karte. Nicht zwei. Äh, und zwar die 73. Ja, das hier ist dann schon die 80. Das ist die letzte Karte im Set. Und ich finde es auch cool, dass ich die, ähm, die erste Karte habe. Und auch die letzte Karte vom Set. Das ist für mich dann immer ein toller Abschluss. Ähm, hier haben wir jetzt auch nochmal drei Rare Karten. Song of Sennalise, ähm, Starlight Grove und Summer Kurt Pervain. Und, äh, Summer Kurt Pervain war tatsächlich die, äh, Rare Karte, die wir in dem einen Booster hatten mit der beschädigten Rückseite. Also fand ich cool, dass ich die jetzt nochmal austauschen konnte. Weil so haben wir die, ähm, so haben wir die dann jetzt hier mit der unbeschädigten Rückseite. Sehr, sehr schön. Und zum Schluss habe ich jetzt auf der letzten Seite hier nochmal die Karten, ähm, die Sonderkarten, sag ich mal, ne? Also hier war ja so eine kleine Anleitung mit im Display dabei. Die habe ich hier unten eingeheftet. Und dann von jedem Kartentyp quasi hier nochmal eine mit, äh, reingelegt. Go Berserk, Step Up to the Challenge, äh, V for Glory, How to Play und, äh, so ein Condition Tracker. Ja, das sind ja diese Code-Karten gewesen. Die haben wir ja auch alle einmal durchgenommen. Ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ähm, ich hoffe, das Set hat euch gefallen. Es ist minimalistisch, ja. Und es eignet sich auch sicherlich nicht für jeden, äh, zum Sammeln. Hätte ich vorher gewusst, wie die Karten aussehen, hätte ich dann eine tägliche Booster-Serie draus gemacht. Höchstwahrscheinlich nein. Aber, äh, ich bereue es nicht, ne? Das ist, ähm, ich sag mal, es ist ein kleines Highlight in meiner Sammlung, ähm, weil die Karten doch recht andersartig sind. Ähm, ich werde mir aber von Dungeons & Dragons, äh, sicherlich nichts mehr weiterholen. Es sei denn, die Karten sind halt richtige Sammelkarten, ähm, so wie jetzt, äh, Yu-Gi-Oh! und, äh, Magic und sowas in der Richtung, ne? Also keine, keine Fortune-Cards. Und ja, ab morgen startet wieder eine neue Serie. Also es geht weiter mit dem täglichen Booster. Natürlich geht es weiter und, äh, ja, könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Ich habe das Display schon hier zu stehen für morgen gleich, äh, aufreißbereit und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017